Halli, hallo, hallo, willkommen zurück zu Let's dos, so, ähm, Let's dos, heute mal, äh, Pokemon, heute spielen wir mit Pikmin, ja, ähm, und starten doch einfach mal, mal schauen, wie weit wir denn kommen werden, und, Spaceball zu starten. Budududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud alle so waka 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 oh nein ich dachte ich kann da noch vorbei also ich muss auch sagen ich bin kein guter backman spieler bitte verzeiht mir das bitte verzeiht mir ich weiß nicht mehr was die ganzen dinger tun aber ich weiß den schnappen wir uns gönnen uns nein ich wollte runter warum war ich jetzt plötzlich so schnell ich glaube je mehr punkte man hat desto schneller wird man oder dreck alter okay so jetzt muss ich so wenn ich mich jetzt scheiße ich hab niemals erste level geschafft und ich glaube ich spiele auf einfach ich weiß es nicht okay komm noch was zwei player ich probiere jetzt einfach nochmal ich probiere einfach mein bestes jetzt irgendwie eine taktik oder so die man ich bin der schlechteste spieler der welt gibt es keine taktik die man verfolgen kann oder so ok pacman liegt mir wohl nicht so es tut mir wirklich leid dass ihr mir jetzt dabei zuschauen müsst wie ich verkacke aber kann man nix machen fack alter mann okay kann man irgendwie noch vielleicht hier die besser chance difficulty ich bin der erdbeeren kommen vielleicht ist der erdbeeren einfacher ich glaube nicht dass ihr erdbeeren einfacher ist vor allem war ich vorher auch mal irgendwie langsamer oder nein ich dachte ich bin doch durchgekommen auch verfluchte scheiß pacman liegt mir nicht so weg wenn liegt mir echt nicht so tut mir sehr leid der ist eine erdbeere eine erdbeere je 300 punkte für die miet und noch mal durchkommen war damit also nicht gerechnet was machst du jetzt bipp 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 oh man dann kommt er da raus ich glaube es nicht die schon game over ne zum klick nicht erdbeere na scheiße auch so ein tricks spiel ok jetzt sind wir was auch immer das für eine frucht ist was auch immer das für eine frucht ist ich versuche es einfach macht die macht die dings irgendwie schneller oder sind schneller nein die sind schneller also mal dafür die gegner schneller fack alter mehr punkte kriege ich dadurch aber auch nicht so nein jetzt kommt mir der rote gegen der mir eigentlich von mir abhaut abhaut ich glaube der rote ist der der von mir abhaut ich glaube es nicht aber warum stelle ich das spiel auch immer schwerer vielleicht mit ein bisschen taktik kann man es kommen ich will nur ein level schaffen nein der kommt ihm entgegen ja dreck ich glaube es nicht okay das ist natürlich nicht auf mir sitzen wir sind jetzt ich glaube das ist ein apfel jetzt übertreibe ich so langsam okay also unser pacman wird auf jeden fall auch schneller nein ich ziehe das durch da können wir gar nichts ok Ja, komm Bam Und dann auch noch auf der Megaschweren Stufe, Leute Zieht's euch rein Ich hab ein Level immerhin geschafft Yes Den gönne ich mir noch So, denn jetzt gehe ich ab, Leute Jetzt geht's ab, Leute Haha Diese Stufe ist meine Stufe Mhm Ah, fuck, Alter Okay, aber Ich hab noch ein Leben, ich hab noch ein Leben, Leute Das ist es Diese Stufe, die packe ich Sowas von an Kann mir niemand mehr was Yes Nein Es waren nur noch die drei Stück, Alter Jetzt hätte ich es gepackt gehabt Zwei Level geschafft Scheiße Naja, egal, Leute Das war Pac-Man Vorschläge von dieser Seite Die in der Beschreibung verlinkt ist Bitte in die Kommentare Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin Tschüss mit dir und Tschau